Standpunkte. Der Podcast auf Apollut. Die Kriegsgefahr wächst. Nein zu Waffenlieferungen, ja zur Sicherheitskooperation mit Russland. Bereits kurz vor Kriegsbeginn hatte Selenskyj auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2022 Atomwaffen gefordert und gedroht, die Zustimmung der Ukraine zum Budapester Memorandum zurückzunehmen. Das war einer der Gründe, die Putin anführte, um seinen Entschluss zum Krieg öffentlich zu rechtfertigen. Die Bundesregierung und die NATO müssten eindeutig reagieren und dieses gefährliche Ansinnen zurückweisen. Bislang ist nichts dergleichen zu hören. Es ist skandalös und höchst gefährlich, dass US-amerikanische Militärs einen auf Europa beschränkten Atomkrieg für führbar und denkbar halten. Solange sich Nuklearwaffen auf US-Militärbasen in Deutschland befinden, ist die Gefahr eines nuklearen Einsatzes groß. Darum sollten diese Waffen unbedingt abgezogen werden. Damit wurde der Bundestagsbeschluss von 2010 umgesetzt, der auf einem Antrag aller im Bundestag vertretenen Parteien mit Ausnahme der Linken basiert. Deutschland muss deutliche Zeichen für eine Welt frei von Atomwaffen setzen. Da es einen Ausschließungsbeschluss der CDU gibt, niemals einen Antrag mit der Fraktion Die Linke zu stellen, wurde die Linkspartei von diesem Antrag ausgeschlossen. Die US-Regierung sowie führende US-Militärs haben immer wieder betont, dass sie sich das Recht auf einen atomaren Erstschlag vorbehalten. US-Präsident Biden hat für die US-Regierung erklärt, dass er sich auch einen atomaren Präventivschlag vorstellen könne, Mit EU-Com, der US-Kommandozentrale in Stuttgart, die alle US-Truppen in Europa und aller US-Atomwaffen befehligt und koordiniert, wäre Stuttgart Zielscheibe Nummer eins. Darum fordert die Friedensbewegung in Baden-Württemberg die sofortige Schließung von EU-Com und von AFRICOM, die afrikanische US-Kommandozentrale in Stuttgart, die alle Drohnenangriffe in Afrika und anderswo koordiniert. Militärs sind für Verhandlungen und gegen Waffenlieferungen Es ist bemerkenswert, dass zu den stärksten Kritikern von Waffenlieferungen einige Militärs gehören. Da sind zum Beispiel Erich Wart, Ex-Brigadegeneral und bis 2013 militärpolitischer Berater von Bundeskanzlerin Merkel, der pensionierte General Harald Kujat und der US-Generalstabschef Mark Miley. Der sagte schon vor einiger Zeit, dass ein militärischer Sieg der Ukraine nicht zu erwarten sei und dass Verhandlungen der einzig mögliche Weg wäre. Alles andere bedeutet den sinnlosen Verschleiß von Menschenleben. Ex-Brigadegeneral Erich Wart gab am 12.01.2023 der Zeitschrift Emma ein lesenswertes Interview. Er kritisiert unter anderem, dass die Aussagen von Mark Milley in den deutschen Mainstream-Medien überhaupt nicht auftauchten. Zitat Zitat Ende Zitat Ende Zitat Ende Zitat Ende Zitat Ende Zitat Ende Zitat Ende